Jedes Jahr, am 15. August, feiern katholische Gläubige das Fest Maria Himmelfahrt. Schon seit dem 5. Jahrhundert ist für dieses Datum ein Marienfest überliefert, das sich im Laufe der Zeit zum Fest der Aufnahme in den Himmel entwickelt hat. Doch was genau steckt dahinter? Ein Blick in die Bibel zeigt, an keiner einzigen Stelle ist explizit von einer Aufnahme Mariens in den Himmel oder gar einer Himmelfahrt die Rede. Maria, die Mutter von Jesus, wird in der katholischen Kirche aber stark verehrt. Sie gilt als Vorbild des Glaubens. Denn durch ihre Bereitschaft, Jesus zur Welt zu bringen, ist sie eine einzigartige Beziehung zu Gott eingegangen. Was hat es aber mit ihrer Aufnahme in den Himmel auf sich? Dabei gibt es einen wichtigen Unterschied zu Christi Himmelfahrt. Maria ist nach wie vor ein Mensch. Sie fährt nicht zum Himmel auf, wie der auferstandene Jesus es getan hat, sondern wird von Gott aufgenommen. Doch warum wird Maria überhaupt in den Himmel aufgenommen? Durch ihre Zusage, Jesus zur Welt zu bringen, kommt Gottes Sohn zu den Menschen. Sie hatte eine enge Verbindung zu Jesus und in dieser Beziehung bleibt sie auch im Tod und über den Tod hinaus. Ihre Aufnahme in den Himmel bringt sie körperlich in die Nähe Gottes, also in eine Nähe, in der sie spirituell bereits war. Die Aufnahme in den Himmel dürfen wir weniger als einen in den Himmel fliegenden Körper verstehen, sondern mehr als eine Aufnahme in die himmlische Herrlichkeit bei Gott. Maria ist damit bereits zuteil geworden, was ihr Sohn allen Glaubenden zugesagt hat. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Ein Leben bei Gott. Die ausdrückliche Formulierung, dass Maria mit Leib und Seele in die himmlische Herrlichkeit aufgenommen wurde, betont die Ganzheitlichkeit des Menschen, der auf eine Erlösung bei Gott hoffen darf, die ihn als ganzen Menschen annimmt und vollendet. Maria, eine Frau, ist die erste unter den Menschen, der diese Vollendung zuteil wird.